Was geht ab? Mein Name ist heute Totoro und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt vier Wochen nicht hochgeladen, aber jetzt gibt es ein neues Video. Ich habe in letzter Zeit extrem viel Bock darauf gehabt zu fotografieren. Zum Beispiel habe ich die Sterne fotografiert. Oder habe Porträts von mir gemacht. Und die Fotos habe ich auch auf meinem Instagram gepostet. Und heute hatte ich einen Freien Tag. Und dann habe ich gedacht, was könnte ich machen, es ist langweilig zu Hause. Ich gehe raus und gehe Fotos. Und zwar gibt es bei mir den nächsten Wasserfall. Ich versuche jetzt ein nice Foto zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach dort annehmen. 3, 2, 1. Ich bin angekommen und gebt euch mal das. Wow. Wow. Da geht es schon recht hart runter. So. Da ist jetzt die Kamera. Und mal schauen, ob wir dich anhalten können. So. Die Kamera steht jetzt hier. Und ich muss jetzt mal ein bisschen die Einstellungen machen. Weil ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Aber mal schauen, was es wird. Das war nicht so gut. Hier möchte es nicht so gut in Ferties geben. Darum gehe ich jetzt mal ganz runter. Möjiz. Dort runter gehe ich jetzt. Hm. Hm, sieht auch noch nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen, ich bin auch kein Profi. Das ist das erste Mal, dass ich das Stativ so brauche, dass die Kamera eigentlich schräg da drin hängt. Und ich würde sagen, Foto... Los! Jetzt ist es 20 Sekunden lang, ich mache jetzt ein Foto, damit das Wasser so flüssig wird. Dann wird es so wie ein Strahl. Kommt mal schauen, wie es wird. Hier ist es. Weeeeee! Mal schauen, ob man noch etwas näher kann. Das letzte Foto, let's go! Ich habe jetzt fertig gefötelt, schaut euch noch mal die Kulisse an. Wow! Sieht doch schon mal ziemlich nice aus, die Bucht. Ich habe fertig gefötelt, ich finde die Fötere sind nicht zu... Wow! Wow! Ich finde, die Fötere sind nicht so gut geworden. Aber ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause. Schaut zu Hause die Fötere an und ich sehe die Fötere genau jetzt. Und das war, denke ich, das Video war schon. Ich hoffe, sie ist gut geworden. Ich habe keinen Plan, wie gut das Video geworden ist. Aber ich hoffe mal, dass es gut geworden ist. Ich sehe die Fötere jetzt und somit einen schönen Tag noch. Ciao! Wow! 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 Wir haben uns gesehen von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Wow! 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 Bis zum nächsten Mal.